Hier zurück bei Fable. Ich sehe meine FPS-Zahl nicht mehr. Jetzt sehe ich meine FPS-Zahl. Jetzt habe ich die Weltkartenbildschirm. Schnelle Reise gibt es. Was labert ihr? Äh, jetzt hier zurück bei Fable The Lost Chapters. Langes Wochenende. Was macht man einem langen Wochenende? Genau, am Feiertag in die Kirche gehen. Ha, guter Witz. Nein, man spielt 48 Stunden am Tag irgendetwas. Nein, natürlich nicht. Man spielt 3 Stunden am Tag irgendwas und macht den restlichen Tag nichts. Zum Beispiel schläft man dann. Schlafen ist immer gut. Was wollte ich machen? Was wird jetzt als nächstes gemacht? Es wird als nächstes gemacht? Ich weiß nicht. Es wird als nächstes... was war das? Genau, zum Friedhof gehen. Obwohl wir da schon mal waren. Wollte ich nicht irgendwas anderes vorher noch machen? Ich weiß es nicht. Da ich ja jetzt weiß, hier haben wir den... Fotoschirm. Hier öffnen sich mir ganz neue Wege. Ich sehe das Spiel nur komplett anders. Warum? Das ist ja... Was ist denn bitte am Greatwood-Eingang? Was ist denn bitte am Greatwood-Eingang? Was für eine Quist habe ich denn jetzt? Quists... Aktuelle Quists. Schatzsuche. Räuber haben Leute aus Borostorn entführt. Sucht die Bande und befreit die Geisel. By Greatwood. Habe ich den tatsächlich angenommen? Das wusste ich ja gar nicht mehr. Okay. 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 Dann wird der Quest hier jetzt mal gemacht. Ja. Nun, soll mir egal sein. Hauptsache, ich komme hier voran. Und kann an einem langen Wochenende zocken. Hallo. Darf ich dich... Ah, wo sei Dank. Ihr seid hier. Nein. Die Räuberbande, die ihr sucht, hat Geiseln genommen. Sie sind in den Greatwood gerannt. Vielleicht könnt ihr sie einholen. Viel Glück. Ich warte hier und sende, wenn möglich, Hilfe. Greatwood. Interessant, interessant. Nee. Äh, Greatwood. Eingang. Dort sind Banditen. Banditen ist doch ein leichtes Spiel für uns immer. Einmal draufkloppen, sind sie weg, oder nicht? Ja. Ein Held soll hinter uns her sein. Wenn er uns erwischt, kriegen wir nie das Lösegeld für diese beiden. Wir sollten verduften. Los, trennen wir uns. Bob, du gehst mit der hier zum Fischer Creek. Ich und Red nehmen die andere mit zum Greatwood-See. Wir lassen Jungs hier, die sich um ihn kümmern. Los. Darf ich euch köpfen? Das wäre für mich eine Angelegenheit. Das würde mir viel bedeuten. Also, ne? Versteht ihr mich? Na, ihr kleinen, nutzlosen... Irgendwas. Aua. Kollege. Was hat denn das? Na, er ist tot. Der ist jetzt auch... Uah, tot. Uah. Los, Erfahrungsgoogle. Ich will dich haben. Uah. Auch mich reingetroffen. Das wäre ein Läppchen. Haben. Au. 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 Der Schwinst du? Junge. Ah, auf uns holen. Ha. Au. Ist jetzt wieder mal gut. Knusperhühnchen. Knusper. Kentucky Fried Chicken. Ach, ne. Die werden wo geklissen, die Knusperhühnchen. Au. Die machen ja eigentlich ganz gut Schaden. Vor allem der von vorhin, der ziemlich viel Schaden macht. Aber ne, das ist doch alles immer noch ein kleines Spielchen für uns. Wird alles platt gemacht. Alles getötet. Leider nicht geköpft, wie ich es eigentlich die ganze Zeit wollte. Aber meine Fresse auf, ach zu kommen. Wie gesagt. Ha. Da. Tot. 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 Okay. Fischer Craig. Wo war der denn? Der war doch nicht hier. Der war links daneben. Doch. Ist so richtig. Was rede ich denn hier für einen Stuss? Mensch. Nichts. Nee. Grauenvoll. Na, guck mal. Also wäre ich ne Geiser, hätte ich das nicht gesagt. Ich hätte mich in ne Ecke verkrümelt. Und hätte nix gemacht. Aber ich gebe ihm immer mein Bestes. Mir und meiner Bande seid ihr nicht gewachsen. Gewachsen? Doch, bin ich. Ich werde mich als erstes mit den Knie verändern. Das ist die Klappe. Und er ist tot. Und... Waaah, reinmähen. Ey, 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 Kollege. Ey, Kollege. Ich mag das nicht. Aber ich... Jetzt hier auf, abzublocken. Spinnste. Alter. 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 Kein Mobbing hier. Das ist nicht nett. Ich möchte das nicht. Ich weiß auch nicht. Ich hab mir auch wieder mal nix getan. Ich wollte doch nur ihren Kopf haben. Mensch. Mensch. Seid willig. Tja. Ey. Ey. Ich will nicht meine Sonnenswinker an euch verschwenden. Ha. Ha. Pfff. Ha. Ha. So geht das. Danke für die Rettung, oh Held. Der Räubergeneral und sein Stellvertreter haben meine Schwester. Tötet sie. Die Räuber sagten, sie brächten sie durch den Greatwoodsee. Dort könnt ihr sie schnappen. Ich gehe nach Bowerstone, da ist es sicher. Da haben wir ein schönes weißes Haar. Wir sehen ein bisschen alt aus. Hm. Warum? Ach, Knuswähnchen. Oh, was? Das ist böse. Uch. Das wusste ich ja nicht. Nee, überhaupt gar nicht. Nee. Das war mir neu. Komplett neu. Okay. Dann zum Greatwoodsee. Ach, guck mal. Die sind ja wieder neu. Na, wie geht's euch? Au. 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 Nein, ich. Nein, nein. Man spielt nicht mit mir. Ist das nicht gut. Nee, nee, nee. Wer hier stirbt, das seid ihr nicht. Das ist mir so eine kleine Räuber. Man ist hier dem größten Held, ja. Den sie überhaupt kippt, ja. Für mich. Also, in meiner Welt. Der größte Held. Ist der Besieg wird von Badditen. Fah. Eif. Unterricht nicht mein Kombo, sonst. Gips. Gips. P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. Jetzt, tschabt. Pfff. Reich nicht raus. Ich muss mich gesund. Pfff. Da. Akute Anfüften. Tut umfallen. Gut Spaß. Ich bin beeindruckt, Herr Held. Ja, ich auch. Aber mein Anführer hat irgendwo bei Grigotsee noch eine Geisel. Erinnere doch mal deine Stimme. Du besiegst mich nicht, seht her! Aua. Wow, du bist sogar noch schwächer als die normalen. Unglaublich. Du warst so ein schwerer Gegner. Ich glaube, ich werde deinen Anführer nicht besiegen können. Ich glaube, seine Schwester wird sterben. Vorher wird sie natürlich noch für gewisse Gruppenaktivitäten genutzt. Aber sonst ist es okay. Schönes Bild. Wie? Macht euch breit. Breit du zu. Das will ich jetzt gerne. Hör du auf zu ihr, Mann. Kommt der Äger. So. So. Lebst noch. Das ist aber nicht mehr lang. Der lebt ja auch noch. So, jetzt aber. Äh, Leute. Wie, du lebst immer noch? Willst du mich verarschen? Meine Fresse. Was seid ihr denn für... Sterbliche? Sonst ist die Tusse dran. Die Tusse? Macht doch. Interessiert mich nicht. Boah, was? Halleluja. Pfff. Ok, wir müssen an die Sache komplett anders rangehen. Jetzt müssen wir den natürlich erstmal komplett wieder neu machen. Aber das ist ein leichtes für mich, leichtes für mich. Da habe ich auch nichts gegen. Nee, das mache ich immer gern. Doppelspielen. Macht Spaß. Ja. Da kann ich vielleicht mal überdenken, was ich da mache. Dann kann ich denken, vielleicht kann ich auch ein bisschen mehr andere Lösungswege suchen, weil es bei dem Schirr gut geht. Dann versuche ich mal mit den Banditen zu reden, anstatt sie zu töten. Einfach mal hintenrum herzuschleichen. Oder einfach die Welt zu zerstören. Ja, geht auch. Einfach woanders hingehen. Welt zerstören. Ganz einfach. Warum können die eigentlich immer so viel abblocken? Das irritiert mich doch schon mal. Dolle. Seid ihr eigentlich des Wahnsinns? Seid ihr denn des Wahnsinns? Ah. Ok, kein Bock mehr. Na, wer stimmt als nächstes? Ich zippe in der Mitte. Verdammt, die waren gleich sehr gut. Ich konnte nicht richtig sehen. Gott, mein Tier. Er war der Erste. Er ist an Milo vorbei. Bei wem bin ich vorbeigekommen? Milo? Wer ist Milo? Interessiert mich nicht. Stirb. Auf, ich dachte, ich hätte jetzt ein Kombo. Toll. Toll. Enttäuscht mich nicht. Schallschwert. Riechtet... Boah. Ihr seid so... Arsch... Affenköppel. Arsch... Affenköppel. Richtig gut. Ich weiß nicht mehr. Dann müssen wir den anderen wohl irgendwie einen Bogen töten oder so. Mal gucken, wie ich das mache. Irgendwie halt, ne? Ich habe mir gerade an der Nase gekratzt. Leid. Tot. Tot. Ich hätte ja lieber den Rumpum schlagen, aber egal. Da, genau den. Oder anderen. Den hier zum Beispiel. Pfff... Finde ich besser. Pfff... Finde ich besser. Pfff... Finde ich nicht getroffen, aber egal. Aua! Pfff... Aua! Hab ich gesagt! Ach, da lebt ja noch einer. Pfff... Nicht mehr lange, aber. Tschüss. Sieg! Schon wieder. Zum zweiten. Mach doch Spaß. Tschüss. Deine Schwester wird sterben. Wieder mal. Tut mir leid. Ist halt so. Ist halt so. Ach, erstmal ein kleines Picnic. Na, hinsetzen. Park und so. Und Kuchen essen. Ach, Mann. Hinsetzen geht natürlich nicht. Tja. Kein. Kein. Zelda Scrolls. Oder. Garfic. Oder. Keine Ahnung mehr. Es ist Fable. Pfff... Was irgendwie über eine tolle Spielnis. Huah! Die... Ja! Pfff... Ich sollte vielleicht mal mit einem Langschwert zu... versuchen. Vielleicht... Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht... Kann ein Langschwert nicht so leicht abgeblockt werden. Schwere Waffen können... Äh... Glaube ich auch nur von schweren Waffen abgeblockt werden. Weiß ich es natürlich nicht mehr genau. Was... Blödes und Schlecht und Scheiße. Wie du stehst auf... Geht nicht. Du auch nicht. Leute... Wenn ihr bewusstlos seid, lasst ihr euch einfach abstechen. Das ist auch nicht so schwer. Ey! Ey! Ich kann euch über deinen Kopf hin wegschlagen. Geht auch nicht. Da. Guck mal. ZACK! Blutfontäne und alles tot. Und jetzt will ich noch den Kopf abpacken. Leiche verschnümmeln und so. Das würde doch richtig... ... passen. Aber nein, das geht leider. Oh Gott. War das das? Ich bin mehr eins, aber meine Riesmusik... Bla, bla, bla. Hey! Ja, beam dich doch mal. Pfff... Guck mal, kann ich auch. Bam! Siehste? Siehste? Und jetzt? Siehste? 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 Nein, du bist tot. Ha! Noob! Noob! Ah, Vogel. Oh, Vogel. Great, would you see?